Spannender Dialog heute beim Mittwochskrämer. Es ging ja wirklich heiß her, aber es hat sich glaube ich gelohnt für uns alle ins Gespräch zu kommen miteinander. Nächsten Mittwoch ist noch alles offen. Ihr könnt auch gerne selber Themenvorschläge machen, aber auf jeden Fall treffen wir uns wieder und gehen auch noch rechtzeitig in den Kanal rein, wenn wir ein Thema haben. Bis dann also Mittwoch 19 Uhr beim Krämer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017